Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.100 US-Dollar. Nachdem wir gestern nicht mehr unsere Long-Position abgeholt haben lassen, oder wurde nicht mehr abgeholt, ging es nochmal nach oben in Richtung 58.400 US-Dollar, aber seitdem haben wir wieder einen leichten Abverkauf. Also gibt es noch Möglichkeiten für unsere Long-Position, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum einen kurzen Blick werfen und auf unsere neue Long-Position bei Gold. Und was wir sonst noch so offen haben, weil es hat sich doch einiges getan, beziehungsweise es sind einige Positionen offen mittlerweile. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eine Börse zum Traden sucht, wo ihr im Endeffekt auch Spot kaufen könnt oder auch Staking betreiben könnt, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse Binkix empfehlen. Dort findet ihr alles, was wir hier besprechen und noch mehr. Das klingt gut. Ihr findet dort alles und noch vieles, vieles mehr. Also wenn ihr Bock habt, meldet euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung an, beziehungsweise unten in der Kommentarspalte. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Bitcoin momentan bei knapp 57.000 US-Dollar. Wie gesagt, gestern, die Position wurde leider bisher zumindest noch nicht abgeholt. Wir hatten ja den Plan, dass wir hier diesen Wig nochmal holen bei 55.500 US-Dollar, beziehungsweise dann hier auf 55.100 US-Dollar dann reingehen. War leider nicht so. Wir haben erstmal einen Pump gesehen bis auf 58.400 US-Dollar circa, mit einem kurzfristigen höheren Hoch auf einen 1-Stunden-Timeframe. Und jetzt ging es wieder nach unten. Und jetzt wird eben das Entscheidende sein, wie wir uns die nächsten Stunden verhalten. Hierfür ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief zu unserem derzeitigen Zwischenhoch. Da sehen wir, okay, hier ist so ziemlich bei 56.700, beziehungsweise 56.500 US-Dollar so ein bisschen die Make-or-Break-Decision-Time. Boah, mein Englisch ist ab und zu richtig grausig. Aber egal, weil wir hier unten einerseits natürlich das Golden Pocket liegen haben, plus wir haben hier unten noch eine kleine Demand-Zone, die uns Support geben könnte. Ich bin weiterhin eigentlich dafür, dass wir hier unten auf jeden Fall auf die 55.100 US-Dollar runtergehen sollten, um die Liquidität unter diesem Wig zu holen und von hier aus einen schönen doppelten Boden mit einer schönen Bullish Divergence zu machen. Das wäre momentan so ein bisschen mein Szenario A. Szenario B und das wäre jetzt eigentlich nicht so mein Hauptfavorit, wäre, dass wir im Endeffekt dann hier ins Golden Pocket beziehungsweise in die Demand-Zone gehen, dadurch auch die Ineffizienz, die wir hier gestern gebildet haben, wiederum schließen und von hier aus dann direkt nach oben hingehen in Richtung 59.800 US-Dollar. Höher würde ich gar nicht gehen, weil das ist im Endeffekt auch die Zielzone, die wir mit meinem A-Szenario momentan haben und danach würde ich sowieso erst einmal wahrscheinlich short in den Markt reingehen. Also das sind die zwei Szenarien für den heutigen Tag. Wie gesagt, besser wäre es wirklich, wir gehen hier runter in Richtung 55.100 US-Dollar wegen diesem großen Wig, wegen der Liquidität, die hier unten liegt, plus wir haben hier unten das übergeordnete Golden Pocket, was hier eben auch noch liegt. Es wäre deutlich besser für einen schönen Up-Move in Richtung 59.800 beziehungsweise 60.000 US-Dollar. Möglicherweise dann sogar nochmal ein bisschen höhere Kurse. Aber das sind die zwei Szenarien, die ich jetzt sehe. Wie handeln wir das? Wir warten das erste Mal ab. Grundsätzlich, wie öffnen dann wahrscheinlich später auch die US-Märkte? Da werden wir jetzt auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen, was uns dann ein bisschen so Anhaltspunkte geben könnte. Wie gesagt, für mich wäre Bullish Case einfach, wir gehen hier runter in Richtung 55. Wäre besser, wir hätten dann eine Bullish Divergence. Das würde alles deutlich, deutlich einfacher machen. Funding Rates können wir uns auch mal ganz kurz angucken, die ich noch nicht aktualisiert habe. Diese sehen aber momentan absolut human aus. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt runter, wir müssen hier aber nicht unbedingt hoch. Also der Markt ist momentan ziemlich ausgeglichen, was das anbelangt. Trotzdem, Szenario für mich eigentlich das Best Case wäre hier unten und dann Long-Position nach oben hin mitnehmen. Gerne mal eure Meinung reinschreiben, was ihr denkt. Denkt ihr, wir gehen runter 55k oder ihr denkt, wir gehen heute hier nur in den Bereich der 56,7? Gerne mal ein Däumchen nach oben oder nach unten da lassen in die Kommentarspalte, was ihr denkt. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier hat sich leider auch noch nichts getan. Also hier haben wir auch gestern ausführlich darüber gesprochen, dass wir auch hier im Endeffekt den WIG oder ich gerne den WIG hier unten holen würde. Wir sind nicht mal mehr ins Golden Pocket hier unten rein. Also auch hier überhaupt keine Änderung. Das Einzige, was passiert ist, wir haben die Ineffizienz nach oben hin hier mit einem weiteren WIG erst einmal gefüllt. Also auch hier bleibt das Szenario für mich eher, wir gehen nochmal runter, holen uns diesen WIG. Aber auch hier zur Vollständigkeit halber ziehen wir uns mal das Golden Pocket. Ich würde hier aber ehrlich gesagt nicht reingehen bei 2374 bzw. 2368. Da bleibe ich dann eher so bei meinem Hauptszenario. Also für mich gibt es hier nur das Hauptszenario, wir holen den WIG und gehen dann nach oben. Also diese zwei Positionen, die können wir uns jetzt heute mal für den heutigen Tag noch ein bisschen merken bzw. vormerken. Die könnten sich nämlich noch ergeben, so vor dem Wochenende. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass das heute passiert. Nicht morgen, Freitag ist immer scheiße Positionen zu eröffnen. Ihr wisst wegen Wochenende und sowas Gebühren. Und dann kommen meistens immer Fake Moves, die dann sowieso in einer neuen Woche gleich wieder aufgeholt werden. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also grundsätzlich erst mal gucken, was BTC macht. Wenn BTC in die untere Zone kommt, werde ich Ethereum auf jeden Fall auch einen Versuch longen. So, gehen wir rüber zu Gold. Gold, dafür wurde hier unsere Position abgeholt. Aber wie? Das habe ich ja gestern schon in der Telegram-Gruppe gepostet. Hier, danke fürs Mitspielen. Hat perfekt gestern hier wieder gesessen in unserer Zone. Also nachdem ich mich gestern früh noch ein bisschen geärgert habe, ist es dann doch noch eingetreten. Wir haben in unserer Zone hier unten reingestochen, 2471. Perfekt abgeholt, würde ich sagen. Ich habe schon zwei Take Profits genommen. Also auch würde ich jetzt euch auch einfach raten, zwei Take Profits zu nehmen. Stop Loss Entry. Und jetzt heißt es erst einmal abwarten. Den dritten werde ich dann erst hier oben so bei 2523. Also wieder so kurz vor unserem Tops werde ich die nächsten Take Profits dann nehmen. So lange bleibt die Position offen. Was wir eventuell noch versuchen könnten. Ich mache jetzt mal hier das Golden Pocket weg. Ich mache mal den Rest hier noch ein bisschen so weg. So wäre das Szenario, dass wir eventuell sogar schon mal früher Short gehen. Problematisch an der ganzen Sache ist hier bei 2507, dass wir hier noch eine kleine Ineffizienz haben. Plus den ehemaligen Pivot hier bei 2514. Das heißt wir müssten für einen Short diese komplette Zone hier oben abdecken. Was mir ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich gefällt, weil ich das eher so einen kleinen Short halten würde. Mir gefällt eher hier oben unser Hauptszenario bei ungefähr 2526. Also das wäre der dritte Take Profit. Wir könnten hier oben einen schönen Short als Hedge aufmachen und dann lassen wir das Ding laufen. Aber momentan, wie gesagt, Long Position läuft. Das wäre jetzt so spontan Szenario, muss ich mir aber angucken. Und wenn, dann tendiere ich eher hier zu 2515 und das würde aber unsere Position wahrscheinlich auch voll zur Niete machen. Weil wenn ihr seht, hier oben, dann wären wir schon bei 2,21 Prozent, die wir dann ins Risk gehen. Nur damit wir hier eventuell einen guten Short Einstieg kriegen. Also Risiko ein bisschen hoch, warten wir erst einmal ab. So, dann gehen wir noch rüber zum DAX. DAX hat auch seinen zweiten Take Profit abgeholt. Also ich würde sagen, momentan die Woche läuft sehr, sehr gut für uns momentan. Ähm, ja, dritten Take Profit kann ich euch vielleicht jetzt auch gleich sagen. Schauen wir mal, werden wir, ja, ich würde hier unten bei 18.400 US-Dollar reinsetzen. Da lasst man laufen. Ansonsten, ähm, sollten wir jetzt eine Erholung sehen im Laufe des Tages in Richtung, ich würde jetzt einfach mal sagen, 18.800 Punkte Marke irgendwie so rum. Könnten wir sogar nochmal überlegen, ob wir hier eventuell nochmal einen kleinen, ähm, ja, Verdopplung machen. Das heißt, dass wir unsere Position hier oben dann im Endeffekt verdoppeln, nachdem wir schon ein großes Ziel erreicht haben. Und dann, sag ich mal, die Reise nach unten hin weitergeht. Also das sind so die Alternativ-Szenarien, wo ich jetzt momentan ein bisschen so auf dem Schirm habe. Schauen wir mal, was da heute noch im Laufe des Tages kommt. Aber die Position läuft. Auch hier zwei Take Profits, ähm, genommen, Stop-Loss Entry und wir warten jetzt einfach weiter ab, wie es weitergeht. Guter Satz am Morgen, wir warten einfach ab, wie es einfach weitergeht. Ja, genau, ähm, dann last but not least gehen wir noch rüber zum Euro. Der hat mich gestern ein bisschen enttäuscht, weil Plan war ja eigentlich, dass wir hier unten reingehen, in die Box bei 1.10.1 sind wir leider nicht. Wir haben hier schon eine Bullish Divergence gebildet an diesem kleinen Zeitfenster. Ich hoffe, dass wir auch hier das gleiche Spiel, wie wir oben bei Bitcoin haben. Nochmal ein tieferes Tief sehen, dass wir dann hier unten eine Long-Position aufmachen können. Das wäre nämlich auch unser dritter Take Profit, dass es dann im Endeffekt genauso weitergeht. Ansonsten der Trade läuft perfekt. Auch, ähm, GBP gegenüber dem US-Dollar läuft auch perfekt. Also auch hier zwei Take Profits, Stop-Loss Entry. Ich warte hier, die Woche kann eigentlich nur noch besser werden, dass wir hier nochmal einen Abverkauf runterkriegen. Und dann noch eine Hedge-Position, das heißt hier noch einen gleichzeitigen Long-Position aufmachen. Und dann bin ich absolut zufrieden, diese Woche komplett abgerissen zu haben. So, Eigenlob stinkt, ist okay. Aber muss auch mal sein. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Stelle aus. Kurzer, knackiger Überblick, was heute so abgeht, beziehungsweise was geplant ist an Trades. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ach ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bingix abchecken. Und jetzt aber, ciao, bis morgen. Stay Crypto.